Ich lerne Deutsch. Nummer 13647 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Du bist das Beste, was mir jemals passiert ist. Du bist das Beste, was mir jemals passiert ist. Wie viele Pflegekräfte arbeiten hier im Krankenhaus? Wie viele Pflegekräfte arbeiten hier im Krankenhaus? Lass den Hund in Ruhe. Er braucht seinen Schlaf. Er hat den ganzen Tag getobt. Lass den Hund in Ruhe. Er braucht seinen Schlaf. Er hat den ganzen Tag getobt. Lass den Hund in Ruhe. Er braucht seinen Schlaf. Lass den Hund in Ruhe. Er hat den ganzen Tag getobt. In den Arbeitspausen chatte ich mit meinen Freunden und bespreche private Dinge. In den Arbeitspausen chatte ich mit meinen Freunden und bespreche private Dinge. Der Wind hat meine Wohnungstür zugeschlagen. Ich warte schon seit einer Stunde auf Maria, denn sie hat einen Ersatzschlüssel. Der Wind hat meine Wohnungstür zugeschlagen. Ich warte schon seit einer Stunde auf Maria, denn sie hat einen Ersatzschlüssel. Die meisten Fahrräder haben eine Gangschaltung, um verschiedene Geschwindigkeiten zu erreichen. Die meisten Fahrräder haben eine Gangschaltung, um verschiedene Geschwindigkeiten zu erreichen. Optimismus ist eine Lebenseinstellung, die durch eine positive Sicht der Welt und der Zukunft gekennzeichnet ist. Optimismus ist eine Lebenseinstellung, die durch eine positive Sicht der Welt und der Zukunft gekennzeichnet ist. Optimismus ist eine Lebenseinstellung, die durch eine positive Sicht der Welt und der Zukunft gekennzeichnet ist. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.